Das Team von Rob's Chips hat uns gefragt, ob wir einen richtig fetten Burger machen. Ich durfte ja schon Crispy Rob bei einem seiner Burger-Videos auf YouTube supporten. Und weil mein Sohn ein riesen Crispy Rob-Fan ist, durfte er seine Kreation heute mit den Chips machen. Das hier nenne ich mal Smash Burger, ganz anders gedacht. Das sind die Rob's Sweet Barbecue Chips, die jetzt ganz fein geklopft werden, bis ihr eine Art Panade erhaltet. Und vielleicht könnt ihr euch schon denken, was wir damit vorhaben. Aber kommen wir erstmal zum Patty. Wir grillen es von beiden Seiten scharf an, schön Smash-Patty auf einer vorgeheizten Blancher. Ist das Patty dann leicht abgekühlt, kommt es in die Eimasse. Und jetzt wird immer wieder abwechselnd das Patty in der Eimasse und dann in den zerstoßenen Chips gewälzt, bis man eine ordentliche Kruste hat. Seid ihr mit der Panade zufrieden, geht es dann ab in die vorgeheizte Fritteuse. Das Fleisch ist ja bereits gegart, jetzt muss nur noch die Panade knusprig werden. Ein Teil hat sich ein bisschen gelöst, aber das legen wir beim Anrichten einfach wieder drauf. Ein Prioche-Bahn wurde inzwischen angetoastet, ein bisschen Eisbäck darauf, ja, sehr gute Tomaten. Dann das Patty, rausgegrillter Bacon kommt drauf, karamellisierte Zwiebeln und kandierte Jalapenos. Wir beschleichen den Deckel mit Cocktail-Soße und drücken das einmal ordentlich an. Da ist meinem Sohn eine richtig gute Kreation gelungen. Die Chips passen perfekt zu diesem Burger, einfach lecker. Join den Deckel mit своей Handelskampf. Bei der Fritte, lecker, bei der Fritte gleichministerium ich gerade mit observationen steh Tem Series bis jetzt nach E Garantung, Kommst du die Schläuhrer zurichten, Untertitelung des ZDF, 2020